Der magische Kater und seine Streiche Abschnitt 1 Ein geheimnisvoller Kater Dies ist Felix, der magische Kater. Felix wohnt bei Anna und Tom. Felix kann zaubern. Er liebt es, Streiche zu spielen. Heute beginnt ein neuer Streich. Felix versteckt Annas Hausschlüssel. Anna sucht überall. Felix sitzt ruhig auf dem Sofa. Tom hilft Anna zu suchen. Felix schnurrt und beobachtet. Abschnitt 2 Der unsichtbare Stuhl Felix hat eine neue Idee. Er zaubert einen Stuhl unsichtbar. Tom setzt sich hin. Aber der Stuhl ist weg. Tom fällt auf den Boden. Felix lacht leise. Anna hilft Tom auf. Wo ist der Stuhl? Felix schnurrt und sieht unschuldig aus. Anna und Tom lachen. Abschnitt 3 Das magische Essen Felix hat Hunger. Er zaubert ein Sandwich. Das Sandwich schwebt in der Luft. Anna sieht das Sandwich. Was ist das? fragt sie. Tom versucht, das Sandwich zu fangen. Felix lacht und schnurrt. Das Sandwich verschwindet. Anna und Tom sind verwirrt. Felix ist heimlich. Abschnitt 4 Der tanzende Besen Felix sieht einen Besen. Er hat eine neue Idee. Er zaubert den Besen lebendig. Der Besen beginnt zu tanzen. Der Besen beginnt zu tanzen. Anna kommt herein. Sie sieht den tanzenden Besen. Wie ist das möglich? fragt sie. Tom kommt auch herein. Der Besen tanzt weiter. Felix versteckt sich und lacht. Abschnitt 5 Das sprechende Spielzeug Felix findet ein Spielzeug. Er zaubert es lebendig. Das Spielzeug spricht. Hallo, ich bin Tino, sagt es. Anna hört das Spielzeug. Ein sprechendes Spielzeug, ruft sie. Tom ist erstaunt. Wie ist das möglich? fragt er. Felix schnurrt zufrieden. Das Spielzeug singt ein Lied. Abschnitt 6 Der Zaubertrank Felix mischt einen Trank. Er zaubert ihn bunt. Anna sieht den Trank. Was ist das? fragt sie. Tom riecht den Trank. Er riecht gut, sagt er. Felix gibt ihnen den Trank. Anna trinkt einen Schluck. Tom trinkt auch einen Schluck. Beide beginnen zu tanzen. Abschnitt 7 Der fliegende Teppich Felix findet einen Teppich. Er zaubert ihn fliegend. Der Teppich schwebt in der Luft. Anna und Tom sehen den Teppich. Ein fliegender Teppich, ruft Anna. Tom steigt auf den Teppich. Das ist großartig, sagt er. Der Teppich fliegt durch das Zimmer. Felix schnurrt und schaut zu. Anna lacht und klatscht. Abschnitt 8 Der lustige Spiegel Felix zaubert einen Spiegel. Der Spiegel zeigt lustige Bilder. Anna schaut in den Spiegel. Ihr Gesicht sieht lustig aus. Tom schaut auch hinein. Beide lachen laut. Das ist ja komisch, sagt Anna. Ich sehe wie ein Clown aus, sagt Tom. Felix schnurrt und freut sich. Der Spiegel verschwindet. Abschnitt 9 Das magische Buch Felix findet ein Buch. Er zaubert es lebendig. Das Buch beginnt zu sprechen. Ich bin ein Zauberbuch, sagt es. Anna öffnet das Buch. Bilder bewegen sich. Das ist erstaunlich, sagt sie. Tom liest eine Geschichte. Die Bilder sind lebendig, sagt er. Felix schnurrt zufrieden. Abschnitt 10 Das verschwundene Zimmer Felix zaubert ein Zimmer unsichtbar. Anna sucht das Zimmer. Wo ist mein Zimmer? fragt sie. Tom sucht auch. Felix schnurrt leise. Das Zimmer erscheint wieder. Da ist es, ruft Tom. Wie ist das möglich? fragt Anna. Felix lächelt und streckt sich. Anna und Tom lachen über die Streiche. Der magische Kater und seine Streiche Abschnitt 1 Ein geheimnisvoller Kater Dies ist Felix, der magische Kater. Felix wohnt bei Anna und Tom. Felix kann zaubern. Er liebt es, Streiche zu spielen. Heute beginnt ein neuer Streich. Felix versteckt Annas Hausschlüssel. Anna sucht überall. Felix sitzt ruhig auf dem Sofa. Tom hilft Anna zu suchen. Felix schnurrt und beobachtet. Abschnitt 2 Der unsichtbare Stuhl Felix hat eine neue Idee. Er zaubert einen Stuhl unsichtbar. Tom setzt sich hin. Aber der Stuhl ist weg. Tom fällt auf den Boden. Felix lacht leise. Anna hilft Tom auf. Wo ist der Stuhl? Fragt Tom. Felix schnurrt und sieht unschuldig aus. Anna und Tom lachen. Abschnitt 3 Das magische Essen Felix hat Hunger. Er zaubert ein Sandwich. Das Sandwich schwebt in der Luft. Anna sieht das Sandwich. Was ist das? Fragt sie. Tom versucht, das Sandwich zu fangen. Felix lacht und schnurrt. Das Sandwich verschwindet. Anna und Tom sind verwirrt. Felix ist heimlich. Abschnitt 4 Der tanzende Besen Felix sieht einen Besen. Er hat eine neue Idee. Er zaubert den Besen lebendig. Der Besen beginnt zu tanzen. Anna kommt herein. Sie sieht den tanzenden Besen. Wie ist das möglich? Fragt sie. Tom kommt auch herein. Der Besen tanzt weiter. Felix versteckt sich und lacht. Abschnitt 5 Das sprechende Spielzeug. Felix findet ein Spielzeug. Er zaubert es lebendig. Das Spielzeug spricht. Hallo, ich bin Tino, sagt es. Anna hört das Spielzeug. Ein sprechendes Spielzeug, ruft sie. Tom ist erstaunt. Wie ist das möglich? Fragt er. Felix schnurrt zufrieden. Das Spielzeug singt ein Lied. Abschnitt 6 Der Zaubertrank Felix mischt einen Trank. Er zaubert ihn bunt. Anna sieht den Trank. Was ist das? Fragt sie. Tom riecht den Trank. Er riecht gut, sagt er. Felix gibt ihnen den Trank. Anna trinkt einen Schluck. Tom trinkt auch einen Schluck. Beide beginnen zu tanzen. Abschnitt 7 Der fliegende Teppich. Felix findet einen Teppich. Er zaubert ihn fliegend. Der Teppich schwebt in der Luft. Anna und Tom sehen den Teppich. Ein fliegender Teppich, ruft Anna. Tom steigt auf den Teppich. Das ist großartig, sagt er. Der Teppich fliegt durch das Zimmer. Felix schnurrt und schaut zu. Anna lacht und klatscht. Abschnitt 8 Der lustige Spiegel Felix zaubert einen Spiegel. Der Spiegel zeigt lustige Bilder. Anna schaut in den Spiegel. Ihr Gesicht sieht lustig aus. Tom schaut auch hinein. Beide lachen laut. Das ist ja komisch, sagt Anna. Ich sehe wie ein Clown aus, sagt Tom. Felix schnurrt und freut sich. Der Spiegel verschwindet. Abschnitt 9 Das magische Buch Felix findet ein Buch. Er zaubert es lebendig. Das Buch beginnt zu sprechen. Ich bin ein Zauberbuch, sagt es. Anna öffnet das Buch. Bilder bewegen sich. Das ist erstaunlich, sagt sie. Tom liest eine Geschichte. Die Bilder sind lebendig, sagt er. Felix schnurrt zufrieden. Abschnitt 10 Das verschwundene Zimmer Felix zaubert ein Zimmer unsichtbar. Anna sucht das Zimmer. Wo ist mein Zimmer, fragt sie. Tom sucht auch. Felix schnurrt leise. Das Zimmer erscheint wieder. Da ist es, ruft Tom. Wie ist das möglich, fragt Anna. Felix lächelt und streckt sich. Anna und Tom lachen über die Streiche. Der magische Kater und seine Streiche Abschnitt 1 Ein geheimnisvoller Kater dies ist Felix. Der magische Kater. Felix wohnt bei Anna und Tom. Felix kann zaubern. Ihr liebt es, Streiche zu spielen. Heute beginnt ein neuer Streich. Felix versteckt Annas Hausschüsse. Anna sucht überall. Felix sitzt ruhig auf dem Sofa. Tom hilft Anna zu suchen. Felix schnurrt und beobachtet. Abschnitt 2 Der unsichtbare Stuhl Felix hat eine neue Idee. Er zaubert einen Stuhl unsichtbar. Tom setzt sich hin, aber der Stuhl ist weg. Tom fällt auf den Boden. Felix lacht leise. Anna hilft Tom auf. Wo ist der Stuhl? Fragt Tom. Felix schnurrt und sieht unschuldig aus. Anna und Tom lachen. Abschnitt 3 Das magische Essen Felix hat Hunger. Er zaubert ein Sandwich. Das Sandwich schwebt in der Luft. Anna sieht das Sandwich. Was ist das? Fragt sie. Tom versucht, das Sandwich zu fangen. Felix lacht und schnurrt. Das Sandwich verschwindet. Anna und Tom sind verwirrt. Felix ist heimlich. Abschnitt 4 Der tanzende Besen Felix sieht einen Besen. Er hat eine neue Idee. Er zaubert den Besen lebendig. Der Besen beginnt zu tanzen. Anna kommt herein. Sie sieht den tanzenden Besen. Wie ist das möglich? Fragt sie. Tom kommt auch herein. Der Besen tanzt weiter. Felix versteckt sich und lacht. Abschnitt 5 Das sprechende Spielzeug Felix findet ein Spielzeug. Er zaubert es lebendig. Das Spielzeug spricht. Hallo. Ich bin Tino. Sagt es. Anna hört das Spielzeug. Ein sprechendes Spielzeug. Ruft sie. Tom ist erstaunt. Wie ist das möglich? Fragt er. Felix schnurrt zufrieden. Das Spielzeug singt ein Lied. Abschnitt 6 Der Zaubertrank Felix mischt einen Trank. Er zaubert ihn bunt. Anna sieht den Trank. Was ist das? Fragt sie. Tom riecht den Trank. Er riecht gut. Sagt er. Felix gibt ihnen den Trank. Anna trinkt einen Schluck. Tom trinkt auch einen Schluck. Beide beginnen zu tanzen. Abschnitt 7 Der fliegende Teppich Felix findet einen Teppich. Er zaubert ihn fliegend. Der Teppich schwebt in der Luft. Anna und Tom sehen den Teppich. Ein fliegender Teppich, ruft Anna. Tom steigt auf den Teppich. Das ist großartig, sagt er. Der Teppich fliegt durch das Zimmer. Felix schnurrt und schaut zu. Anna lacht und klatscht. Abschnitt 8 Der lustige Spiegel Felix zaubert einen Spiegel. Der Spiegel zeigt lustige Bilder. Anna schaut in den Spiegel. Ihr Gesicht sieht lustig aus. Tom schaut auch hinein. Beide lachen laut. Das ist ja komisch, sagt Anna. Ich sehe wie ein Clown aus, sagt Tom. Felix schnurrt und freut sich. Der Spiegel verschwindet. Abschnitt 9 Das magische Buch Felix findet ein Buch. Er zaubert es lebendig. Das Buch beginnt zu sprechen. Ich bin ein Zauberbuch, sagt es. Anna öffnet das Buch. Bilder bewegen sich. Das ist erstaunlich, sagt sie. Tom liest eine Geschichte. Die Bilder sind lebendig, sagt er. Felix schnurrt zufrieden. Abschnitt 10 Das verschwundene Zimmer Felix zaubert ein Zimmer. Anna unsichtbar Anna sucht das Zimmer. Anna sucht das Zimmer. Wo ist mein Zimmer, fragt sie. Tom sucht auch. Felix schnurrt leise. Das Zimmer erscheint wieder. Da ist es, ruft Tom. Wie ist das möglich, fragt Anna. Felix lächelt und streckt sich. Anna und Tom lachen über die Streiche. Der magische Kater und seine Streiche Abschnitt 1 Ein geheimnisvoller Kater dies ist Felix. Der magische Kater. Felix wohnt bei Anna und Tom. Felix kann zaubern. Ihr liebt es, Streiche zu spielen. Heute beginnt ein neuer Streich. Felix versteckt Annas Hausschüsse. Anna sucht überall. Felix sitzt ruhig auf dem Sofa. Tom hilft Anna zu suchen. Felix schnurrt und beobachtet. Abschnitt 2 Der unsichtbare Stuhl Felix hat eine neue Idee. Er zaubert einen Stuhl unsichtbar. Tom setzt sich hin, aber der Stuhl ist weg. Tom fällt auf den Boden. Felix lacht leise. Anna hilft Tom auf. Wo ist der Stuhl? Fragt Tom. Felix schnurrt und sieht unschuldig aus. Anna und Tom lachen. Abschnitt 3 Das magische Essen Felix hat Hunger. Er zaubert ein Sandwich. Das Sandwich schwebt in der Luft. Anna sieht das Sandwich. Was ist das? Fragt sie. Tom versucht, das Sandwich zu fangen. Felix lacht und schnurrt. Das Sandwich verschwindet. Anna und Tom sind verwirrt. Felix ist heimlich. Abschnitt 4 Der tanzende Besen Felix sieht einen Besen. Er hat eine neue Idee. Er zaubert den Besen lebendig. Der Besen beginnt zu tanzen. Anna kommt herein. Sie sieht den tanzenden Besen. Wie ist das möglich? Fragt sie. Tom kommt auch herein. Der Besen tanzt weiter. Felix versteckt sich und lacht. Abschnitt 5 Das sprechende Spielzeug Felix findet ein Spielzeug. Er zaubert es lebendig. Das Spielzeug spricht. Hallo, ich bin Tino, sagt es. Anna hört das Spielzeug. Ein sprechendes Spielzeug, ruft sie. Tom ist erstaunt. Wie ist das möglich? Fragt er. Felix schnurrt zufrieden. Das Spielzeug singt ein Lied. Abschnitt 6 Der Zaubertrank Felix mischt einen Trank. Er zaubert ihn bunt. Anna sieht den Trank. Was ist das? Fragt sie. Tom riecht den Trank. Er riecht gut, sagt er. Felix gibt ihnen den Trank. Anna trinkt einen Schluck. Tom trinkt auch einen Schluck. Beide beginnen zu tanzen. Abschnitt 7 Der fliegende Teppich Felix findet einen Teppich. Er zaubert ihn fliegend. Der Teppich schwebt in der Luft. Anna und Tom sehen den Teppich. Ein fliegender Teppich, ruft Anna. Tom steigt auf den Teppich. Das ist großartig, sagt er. Der Teppich fliegt durch das Zimmer. Felix schnurrt und schaut zu. Anna lacht und klatscht. Abschnitt 8 Der lustige Spiegel Felix zaubert einen Spiegel. Der Spiegel zeigt lustige Bilder. Anna schaut in den Spiegel. Ihr Gesicht sieht lustig aus. Tom schaut auch hinein. Beide lachen laut. Das ist ja komisch, sagt Anna. Ich sehe wie ein Clown aus, sagt Tom. Felix schnurrt und freut sich. Der Spiegel verschwindet. Abschnitt 9 Das magische Buch Felix findet ein Buch. Er zaubert es lebendig. Das Buch beginnt zu sprechen. Ich bin ein Zauberbuch, sagt es. Anna öffnet das Buch. Bilder bewegen sich. Das ist erstaunlich, sagt sie. Tom liest eine Geschichte. Die Bilder sind lebendig, sagt er. Felix schnurrt zufrieden. Abschnitt 10 Das verschwundene Zimmer Felix zaubert ein Zimmer unsichtbar. Anna sucht das Zimmer. Wo ist mein Zimmer? fragt sie. Tom sucht auch. Felix schnurrt leise. Das Zimmer erscheint wieder. Da ist es, ruft Tom. Wie ist das möglich? fragt Anna. Felix lächelt und streckt sich. Anna und Tom lachen über die Streiche. Von Dramatica Schönen Schönen 요 strip Sche presumt